Eine gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Schwerin Altstadt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Keller. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 50 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 448 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.